Ein halbes Jahr ist vergangen, seit Salzburg den gelben Sack eingeführt und damit das Sammeln von Verpackungsmüll umgestellt hat. Die Zwischenbilanz zeigt, dass dies von den BürgerInnen gut angenommen wurde. Allerdings ist dies noch lange kein Grund zur Freude. Es muss noch deutlich mehr fürs Mülltrennen getan werden. Jetzt im So-Wochen-Kommentar. So, dein Wochen-Kommentar für Salzburg. Heute mit Lutz Junghans. Anfang des Jahres wurde die Trennung von Verpackungsmaterialien erweitert, sodass nun neben den bereits zuvor separierten PET-Flaschen auch alle Leichtverpackungen wie Kunststoffbehältnisse, Joghurtbecher und Plastiksackerl sowie Metallverpackungen wie Getränke und Konservendosen in den gelben Sack bzw. die gelbe Tonne gehören. Die Bilanz ist durchwachsen. Bereits im Jänner wurde im Wochen-Kommentar von Sarah Rose die mangelnde Informationskampagne der Stadt Salzburg kritisiert. Zu diesem Zeitpunkt war der gelbe Sack bereits eingeführt und dennoch tappten die meisten darüber im Dunkeln und wussten nicht, wie der Abfall getrennt werden soll. Reagiert wurde mit einer sogenannten Informationsoffensive, die im Kern aus einem gut besuchten Tag der offenen Tür des Recyclinghofs Max Klan Ende April und einem digitalen Abfallberater besteht. Vielleicht habt ihr auch schon die Aufkleber der Abfallwirtschaft bemerkt, die seit einigen Wochen auf der gelben Tonne über die Trennrichtlinien informieren. Alles schön und gut. Trotzdem muss festgehalten werden, dass Salzburg immer noch in Sachen Mülltrennung und Recycling weiterhin Nachzügler ist. Zwar konnte das Sammelvolumen der gelben Tonne laut der Altstoff Recycling Austria, kurz ARA, um 85 Prozent, also fast das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden, jedoch konnte insgesamt nur 10 Prozent mehr Verpackungsmüll durch die neue gelbe Tonne bzw. den gelben Socket sammelt werden. Im Klartext eine gewaltige Steigerung von einem sehr niedrigen Niveau aus. Und damit ist Salzburg österreichweit Schlusslicht seit der Umstellung. Das Hauptproblem liegt noch immer in der Sammelqualität. Laut der ARA landet immer noch knapp die Hälfte der wiederverwertbaren Stoffe im Restmüll. Zudem kann bislang nur etwa ein Viertel des gesammelten Mülls tatsächlich auch recycelt werden. Zu wenig will man das EU-Ziel von mindestens 50 Prozent bis 2025 erreichen. Zur Unterstützung der richtigen Trennung wurde Anfang des Jahres die neue App DigiCycle eingeführt. Diese App leitet die BürgerInnen anhand regionaler Vorgaben zur korrekten Trennung an und belohnt sie sogar dafür. Doch ist diese App ausreichend bekannt? Ehrlich gesagt kannten sie die wenigsten bei FS1 vor unserer Recherche. Die Stadt Salzburg muss dringend ihre Bemühungen verstärken, um sicherzustellen, dass die BürgerInnen auch über solche Tools informiert werden und diese nutzen können. Während die ARA die Zwischenbilanz zum gelben Sack als Erfolg betrachtet, der auf das motivierte Sammeln der BürgerInnen zurückzuführen ist, bleibt die Stadt Salzburg in Bezug auf Informationen zurück. Will man die EU-Vorgaben bis 2025 erfüllen, ist deutlich mehr Aufwand zum Mülltrennen nötig, um zu sichern, dass der gelbe Sack nicht nur ein Symbol für die halbherzige Umsetzung der Mülltrennung bleibt.